Inter the Holy Spirit Decade Ich bin überzeugt, dass wir in ein Jahrzehnt der Ausgießung des Heiligen Geistes eintreten. Ein Jahrzehnt des Kreuzes und der Kraft der Auferstehung Jesu. Und ein Jahrzehnt der Wiederherstellung und beispiellosen Ernten. Es fängt bei dir an. Bist du bereit? Komm an Ostern zur Awakening Fire 2020 nach Tübingen. Gott kenne dich, dass du ja krankst. Er wird sein Feuer in dich. Er wird dich benutzen. Wir müssen wie Gott sein. Gott liebt die Welt. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann ist das Kennzeichen, dass du Gott dienen willst. S.... Ich bin's.